Hallo YouTuber und willkommen zu einem neuen Technik VLT Video. Wir machen weiter mit unserer Oppo Reno4 Reihe. Wir haben hier das Reno4Z, das normale Reno4 und das Reno4 Pro. Und die Geräte richten wir jetzt einmal zusammen und auch parallel ein. Drei SIM-Karten liegen schon parat, alle im O2-Netz. Damit durchlaufen wir den Einrichtungsprozess parallel und gucken schon mal rum. Gibt es irgendwelche Unterschiede, zum Beispiel, was weiß ich, bei der Geschwindigkeit? Denn wir haben ja hier diesen Mediatek 800 irgendwas und die beiden Geräte kommen mit dem Snapdragon 765G. Und wenn wir die dann eingerichtet haben, dann gucken wir auch mal. Erster Eindruck vom Display, welche Apps sind vorinstalliert, wie viel freier Speicherplatz und gucken mal so ein bisschen rum. Und natürlich, ich meine, gerade im Vergleich zu anderen Geräten, mal gucken, wieso der erste Eindruck ist. So, ich schnappe mir mein SIM-Karten-Tool und suche mal rum. Ich glaube, genau, beim Z war es oben rechts der SIM-Karten-Schacht. Bei den normalen, in Anführungszeichen, 4 und 4 Pro, dann einmal unten. So, so. Und, ach, guck mal, und vor allem auch vom Aufbau. Da beim Z kommen die SIM-Karten parallel. Bei den anderen beiden dann Vorder- und Rückseite vom Schacht. Dann gucken wir mal, kann man hier schon was drauf sehen, wo 1 ist und wo 2. Nö, da schreiben sie nichts drauf. Dann rate ich einfach mal. Auf jeden Fall, Ecke unten rechts beim Z. So, einmal wieder rein. Na, ist jetzt schon fast wieder rausgesprungen. Na, bist du? Bin doch hier richtig. Die ist richtig drin, ist auch unten. Wieso schiebt sie sich denn dann immer wieder raus beim Z? Was ist da denn? So, guck mal, noch mal. Bäh? Ich bin, guck, wah. 28 ist da ein Versuch. Also, SIM-Karte ist richtig drin. Und da schiebt sie sich raus. Bin ich hier verkehrt rum? Das kann doch nicht sein. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Ist das so instabil, das Ganze? Oder war die SIM-Karte andersrum? Ne, jetzt ist jetzt mal keine Experimente. Jetzt nicht. Ne, der Schacht muss so rein. Schippt nach unten. So, dann machen wir das noch mal. Zum 28. Mal jetzt. So, die SIM-Karte ist ganz normal gerade im Schacht, also in der Schablone drin. Und jetzt hebt die sich raus. Was ist das denn? Was ist das denn? Das Ding hat doch auch das Dual-SIM. Gut, nehmen wir den anderen Schacht. Trüttel, 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 trüttel. Mir doch egal. So. So, und vor allem, das ist hier keine selbstgeschnibbelte, gestanzte Nano-SIM-Karte. Nein. So, da funktioniert es. Das habe ich auch noch nie erlebt. So, vor allem nach, klar, also in der Hektik, igelig und sowas. Aber so. So, oben dann SIM-1. Schippt nach oben dann. Und Ecke dann links unten. So, gucken wir mal hier. Genau. Rein, fertig. Beim Normalen und beim Pro ist es dann genauso. SIM-1 ist oben, SIM-2 ist auf der Rückseite. Ecke unten links. Und dann wieder mit rein. So, und jetzt haben wir ja zweimal Snapdragon 765. Könnten wir jetzt ein kurzes Bootrennen mitmachen. Aber machen wir doch eins hier mit MediaTek vs. Snapdragon. An- und Austasten auf der rechten Seite. Eins, zwei, drei. Drücken, 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 drücken. Ach, habe ich schon lange nicht mehr gemacht. So, beide vibrieren parallel. Uh, der Snapdragon liegt hinten an. Was die das zeigen vom OPPO-Logo ist. Beim Pro ist auch An- und Austaste auf der rechten Seite. Lange drücken. Der MediaTek geht in Führung. Guckt euch das mal an. Also, damit hätte ich jetzt ja nie gerechnet. Ui, 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 ui. Bin ich jetzt gerade sehr spannend. Ja, aber sowas von... Also, ui, 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 ui. Ihr wisst es, ich bin bei dem MediaTek immer ein bisschen skeptisch. Aber schöne Nummer. Gucken wir mal, wie sich das weiter durchzieht. So, Sprache auswählen, Deutsch, Deutsch, Deutsch. Bei allen gleich. Land auswählen, Deutschland, Deutschland, Deutschland. So, einmal drei AGB. Und wer sich jetzt wundert, warum sehen die Displays so seltsam? aus, das liegt daran. Ganz so krass ist, wenn man direkt davor sitzt mit der Kamera, also nicht so, die Kamera macht den Unterschied deutlicher. Wir haben ja zweimal OLED-Displays, 90 Hz, 60 Hz und 120 Hz LCD-Display. So, ich stimme dem AGB zu, dann wird unten das weiter klickbar. Fürs Nutzungserlebnis möchte ich Daten schicken, möchte ich erklären zum Hochladen von Fehlerprotokollen, dass die anderen beiden Punkte sind halt nur dafür da, um, naja, anonymisiert Daten an Oppo zu schicken. Och, guck mal her und wie das normale schon wackelt und das Pro erst. Möchte ich nur mobile Daten nutzen? Ja, weiter, 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 aber ich könnte das jetzt auch überspringen überall und mal, also die mobilen Daten zur Einrichtung nutzen. Ich wähle aber mal fix mein WLAN aus und gebe dann einfach das dazugehörige Passwort ein und dann unten rechts auf Weiter und guckt mal hier wirklich, das normale wackelt ja schon, aber beim Pro, allein wie das sich hier vom Tisch hebt, das schwebt so ein Stück über dem Tisch unten rechts. Allein wie das liegt, da kriege ich, kriege ich, kriege ich. Also das ist sowas für meinen Ordnungsfimmel, der manchmal nur durchkommt. So, bestes WLAN-Netzwerk intelligent wählen, fürs intelligent wählen verbinden, indem sie Qualität des WLAN-Netzwerks ermittelt wird. Ja, mache ich jetzt mal gerade nicht. Wie gesagt, ich habe ja damals beim Unboxing gesagt, ich will mit dem Pro rumspielen, aber allein wie das jetzt hier auf dem Tisch liegt. Möchte ich Daten von einem anderen Gerät kopieren? Nein, möchte ich nicht. Ich will nackige Geräte und von Hand einrichten. Und ja, das ist so. Bei den ganzen Android Sachen oder bei den Geräten, die ich immer teste, installiere ich die ganzen Apps einmal von Hand. Denn, auch wenn das immer banal klingt, aber Apps runterladen und die Apps dann installieren, das ist richtige Arbeit für die Geräte. Und wenn ich dann da rumscrolle, parallel noch Sachen mache, immer wieder von der einen Apps, während die sozusagen App 1 schon installiert wird, ich aber App 20 noch im App Store manchmal noch suchen muss oder aus der Liste oder durch die Listen scrolle, da merkt man krasse Unterschiede. Als nächstes dann bei Google anmelden, bedeutet Google E-Mail-Adresse und das dazugehörige Passwort eingeben, den AGB zustimmen und ich sage jetzt mal was zum Tippen und zum Vibrationsmotor. Nein, der ist laut, der ist nervig, der fühlt sich nicht wirklich nett an. Hier ist er relativ sanft, aber wenn man dann anfängt zu tippen, ist auch der Vibrationsmotor, also hier höre ich ihn und er ist äh. Hier höre ich ihn weniger, deutlich weniger, aber das tippen, also das faktische Feedback ist auch äh. Da klingt er noch am nettesten und fühlt sich auch am nettesten noch anderm weichesten. Jedoch, wenn ich dann schnell tippe, dreht der auch auf. Also beim eingebauten Vibrationsmotor punkten die alle nicht. So, jetzt habe ich hier die einzelnen, ach guck mal, endlich mal kriege ich alles auf eine Seite. So, und da bis ganz unten. Das sind die einzelnen Google-Punkte, die ich hier einzeln aktivieren und deaktivieren lassen kann. Möchte ich Daten in Drive sichern, Standorteilen, WLAN-Sucher zu lassen und vor allem auch hier wieder die Frage, möchte ich anonymisierte Daten an Google schicken für, naja, damit die, wie heißt es so schön, ihre Produkte besser machen können. Kann man ja jeweils selber entscheiden. Ich muss auf jeden Fall ganz bis unten scrollen, weil dann kommt erst dieser Akzeptier-Button. Im nächsten Schritt dann suche ich die Suchmaschinen raus. Ach ja, guck mal, genau da war doch was. DuckDuckGo ist rausgeflogen. Google auktioniert, versteigert ja die Plätze, was ich ja echt nicht okay, naja, ist so eine Sache. Das ist auch wieder hier nur mit der EU-Kommission, um da keinen von Latz zu kriegen von Google, dass sie da nicht einfach die Liste verdoppeln und dann vor allem hier, wer meistens Geld hat, hallo Bing, darf sich da die Plätze oder kann sich da die Plätze sichern. Bin ich nicht so richtig ein Fan von. Fand ich sehr gut, dass DuckDuckGo zur Auswahl stand, auch wenn ich persönlich und ich habe immer wieder, sogar ganze Monate auf Smartphones DuckDuckGo als Suchmaschine genutzt. Trotzdem, ihr seht es, was ich hier ankreuze. Ach krass, und die Positionierung ändert sich auch. Wird die gewürfelt, zufällig wahrscheinlich. Krass, das habe ich auch noch nicht. Schön, dass man das mal alles nebeneinander sieht, damit man auch immer gucken kann oder mal überprüfen kann, ob das... Oh, und ihr seht gerade, wie dieses Ding kippt. So, du kannst weitermachen um die Einrichtung deines Smartphones. Nö, ich will weitermachen. Wieso fragst du mich, ob ich nicht weitermachen möchte? Wieso hat der denn da jetzt da gerade... Naja, ach ja, guck mal, der zieht das einfach lässig durch und du beschwerst dich hier weitermachen. Habe ich mir vielleicht zu viel Zeit gelassen? Hm, aber in der Mitte auch eine interessante Nummer. So, Assistent, ja, möchte ich einrichten. Da, VoiceMatch, stimme ich zu, stimme ich zu. Der Assistent kennt meine Stimme. Ja, ist das geil in der Mitte. Da kannt er meine Stimme noch. VoiceMatch ist bereit. Und mal gucken, was du jetzt sagst. Ja, möchte ich. Und du? Gut, vielleicht durfte nur das Erste auf das Stimmprofil zugreifen oder sowas. Jetzt sind alle drei eingerichtet. Weiter, weiter, weiter. Und jetzt, ach, ab jetzt möchte ich Audioaufnahmen speichern, ne, für die Verbesserung von Produkten. Das ist was Neues. Das hatte ich aber noch auf keinem Gerät bisher. So, jetzt die Frage. Möchte ich eine andere E-Mail-Adresse einrichten oder hinterlegen? Was weiß ich, für Spam, eine zweite private oder eine Firmenadresse oder irgendwas noch. Und den Hintergrund ändern. Sag ich hier, nein danke, nein danke und nein danke. So, bis dahin war das eigentlich, sah das auch alles nach Google aus. Jetzt kommen wir anscheinend zu dem, was Oppo hier zur Einrichtung macht. Zumindest sieht es so aus, allein mit dem grünen Button. Ich will auf jeden Fall ein Passwort für den Bildschirm festlegen. Aus dem einfachen Grund, ich will ja die Fingerabdrucksensor nutzen. Und wenn da mein Fingerabdruck gerade nicht funktioniert, verfügbar ist, brauche ich eine Alternative. So, eingestellt ist ein sechsstelliger PIN-Code. Wenn ich auf andere Verschlüsselungsmodelle klicke, kann ich aber auch ein vierstelliges Passwort nehmen oder halt aber auch Muster. Also dieses Rumstreichen, wenn man das möchte. Ich wähle wieder mein Standardding aus. Sagt er, das ist aber nicht sicher. Sag ich doch, denn darauf kommt keiner. Ja. So, eins, zwei, drei, vier. Ja, benutzen. Eins, zwei, drei, vier. Ach krass. Und der kommt da jetzt da. Ach, die kommen jetzt alle mit der Gesichtserkennung. Ich hätte jetzt gedacht, ihr kommt mir mit den Fingerabdrucksensoren. Gut. Info zur Gesichtserkennung. Halten Sie das Gerät am besten 20 bis 50 Zentimeter vom Gesicht entfernt. Vermeiden Sie eine zu helle oder zu dunkle Umgebung. So, ich im Kreis. Ich halte das mal eben hoch. Und ach so, guckte nur gerade aus. Das war jetzt aber mega schnell. Ne, dass ihr das hier vielleicht auch nochmal seht. Ne, da leuchtet es auf. Ich gucke kurz rein. Ich muss noch nicht mal meinen Kopf drehen. Das macht es komplett an der Leine. Also ob das so, ich will nicht sagen sicher ist, aber ich meine bei allen anderen muss ich meinen Kopf drehen. Und du scannst einfach mal so. So, es empfiehlt sich die Funktion zum Einschalten des Bildschirms anheben zu aktivieren. Ja, möchte ich. Ne, dass ich es dann hochhebe. Ach guck mal, jetzt kriegt Oppo aber Gummipunkte. Denn so oft habe ich so ein Gezirkel, dass ich gerne beides nutze. Gesichtserkennung und Fingerabdruck. Aber nur eins im normalen Setup-Prozess eingerichtet bekommen und dann hinterher nochmal mich durch die Einstellung wühlen muss und das dann zusätzlich hinterlegen muss. Gummipunkte, Daumen rauf. Oppo, hier kriegt er dicke Pluspunkte, dass ich den Fingerabdruckscanner hier direkt einrichten kann. Und nächster schöner Punkt. Wir sehen die Unterschiede in der Reno-Reihe. Reno4 und Pro haben im Display Fingerabdruckscanner, während das Reno4Z an der Seite in der On- und Aus-Taste einen Fingerabdruckscanner hat. So, also legen Sie Fingerabdruck hinzufügen. Ich lege immer wieder meinen Finger drauf und dann kriege ich den Hinweis, bewegt doch mal. Also bedeutet vor, unten, links, rechts, Spitze, rauf, runter. Achso, jetzt nochmal die Halteposition anpassen. Ich packe es ein bisschen weiter oben, gerade links, gerade unten, damit möglichst viel Fläche ist, damit er viele Infos hat. So, haben wir das schon mal. Jetzt kommen die Finger im Display, Fingerabdrucke. Oh, er hat mich aber gerade nicht gefragt, ob ich nicht vielleicht noch einen anderen Finger einrichten möchte. Und ihr seht es, mein Daumen leuchtet IT-mäßig auf, bedeutet, wir haben keinen Ultraschall wie bei einigen High-End-Samsung-Geräten, sondern wir haben ganz normal so einen optischen Fingerabdrucksensor. So, nochmal die Halteposition ändern, zapp, 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 oben, unten, links, rechts, nochmal ein bisschen mehr vom Rand einscannen. Sehr schön, damit bist du auch fertig. Und wir machen das Ganze noch ein drittes Mal. Ja, das wird ein ziemlich langes Einrichtungsvideo, aber ich meine, dafür drei Geräte in einem, alle drei zusammen. Auch nicht verkehrt. So, jetzt nochmal die Ränder. Ach, das, das soll, achso, jetzt nochmal doch nochmal Halteposition anpassen. So, zapp, zapp, zapp und leuchti, leuchti, leuchti und einer geht noch. So, damit sind wir durch. Jetzt die Frage, nachts automatisch aktualisieren für Updates. Ist halt die Frage, wie man sein Gerät nutzen möchte. Am bequemsten ist es, Auto-Updates zu machen, aber wenn dann irgendwann wieder was nicht funktioniert hat, dann steht man da. Ich mache das jetzt für Testzwecke, brauche ich das jetzt nicht. Ich gucke da ja sowieso die ganze Zeit drauf. So, Google, dass das Pro hier immer röckelt. Google hat es mir eben auch schon angeboten, Daten von anderen Geräten rüberzuziehen. Oppo macht das jetzt auch nochmal. Daten importieren mit Phone-Clone. Mache, sage ich, später. Brauche ich nicht, brauche ich nicht. So, willkommen ColorOS 7 bei allen drei drauf. Und vor allem, was man jetzt auch erstmal sieht, nochmal als Unterschied, das Randlose fällt mir jetzt gerade erst so auf beim Pro, weil das Gerät mit dem gebogenen Display ist. So, schön. Achso, ich dachte, erste Stritte. Ich dachte, ich kriege jetzt hier gerade noch was erklärt. So nach dem Motto, so sieht ColorOS aus, so benutzt du es. Aber nö, die rödeln jetzt fröhlich vor sich hin. Komisch, die beiden SIM-Karten sind schon eingeloggt. Du bist nicht im Netz eingeloggt. Wieso denn? Das ist alles normale SIM-Karten. Das ist ja jetzt lustig. Nicht, dass es beim SIM-Karten-Tradern doch ein bisschen rumgezickt hat oder irgend so was. Lass mal ganz kurz gucken. So, in der App konnte ich jetzt auch schnell reingucken, beziehungsweise in den Einstellungen sehen, dass der vordere Schacht SIM-Karte SIM 2 ist. Der hintere dementsprechend SIM 1. Vielleicht muss da dann noch ein Update kommen. Ich versuche es jetzt einfach nochmal. Auf jeden Fall, die Ecke ist richtig. Und jetzt frickele ich das nochmal ganz zärtlich rein. So, vielleicht so ein bisschen hochkant. Sagen wir mal so, bei SIM-Karten und Schächten immer aufpassen, denn mit zu viel Kraft und reindrücken. Reingehen die Dinger immer. Wenn die sich dann aber verkanten und dann mit der Schablone und ihr dann versucht die wieder raus. Oh, das ist... Ja, immer wieder ein Vergnügen. Ach, guck. So, jetzt weiß ich auch direkt, was ich als allererstes mache. Fingerabdruckscanner, Fingerabdruckscanner. Achso, war schon entsperrt. Achso, da war dann die Gesichtsentsperrung. Und zwar gehe ich in die Einstellung. So, hier auch noch in die Einstellung. Und die SIM-Karte zickt immer noch um. Sehr seltsam. Und zwar mache ich jetzt fix folgendes. Ich gehe einmal Display-Helligkeit, Display-Helligkeit und Display-Helligkeit. Und guck mal, ich habe links gedrückt und er hat sich trotzdem bewegt. Also, Provia, glaube ich, wäre keine Freunde. So, Auto-Helligkeit, ja. Aber ich drehe es beim hier dem 120-Hertz-LCD-Display ein bisschen hoch, damit es jetzt ein bisschen angeglichen aussieht. Auch wenn, naja, die OLEDs halt anders wirken in der Kamera. Wo ich aber hin will, ist Bildschirm-Timeout-Zeit. Weil gerade, wenn ich hier mit drei Geräten parallel rumspiele, dann kann das mal was dauern. Das Schöne ist jetzt aber, dass wir auch mal ganz kurz gucken können, wo ist die Bildschirmanzeige bzw. die Bildwiederholrate. Ich habe ja, gut, beim mittleren, brauche ich da nicht drauf zu achten. Weil das hat nur Standard 60, aber die anderen beiden, ach guck mal, Always-On-Display, Always-On-Display und beim LCD gibt es kein Always-On-Display. Macht ja auch so ein bisschen Sinn. Was ich aber nicht sehe ist, ne, adaptiver Energiesparmodus. Das vielleicht dann für, für, zum Runterschrauben von, dass ich halt nicht überall die 120 Hertz habe. Wobei, das hier doch, ja doch, dass ich die hier nicht deaktivieren kann, ne. Beim Pro ist es genauso. Bildschirm-Aktualisierungsrate. Ach, guck mal, da kann ich es einstellen, ob ich automatisch haben möchte, ob ich nur 90 möchte. Und das mache ich hier gerade. Ach da, Bildschirm-Aktualisierungsrate, auch automatisch. Nein, wir setzen sie jetzt mal fix auf 120, damit wir das jetzt nämlich jetzt mal kurz gucken können. So, und in der Mitte brauche ich nicht suchen, gibt nur 60. So, und jetzt starten wir mal. Mal gucken, ob die Kamera das so schön einfängt. Und so, Nummer 1, ne, normales 60 Hertz-Scrollen. Ja, normal, ne, ist halt tuffig. So, alles easy, ja, ist man so gewohnt. Wechseln wir rüber zu 90 Hertz. Ja, ist so ein Unterschied, das merkt man schon flüssiger. Und ich meine, ihr hört das klackern, oder? Und ich drücke, und ich drücke da jetzt nicht wirklich aufs Display krass drauf. Ach, geile. Das wackelt auch, aber da ist der, der Abstand, ne, ist halt, das bewegt sich, aber passt. Und hier, wenn ich hier ganz am Rand, oh, das ist ja brutal. Also, dieses Gerät auf dem Tisch bedienen, nur als Linkshänder, ne, am Rand, dem Rand passiert nämlich nichts. Und hier, oh, nee. So, aber 90 Hertz, schön. Und jetzt die 120, komm, ja, definitiv. Wenn ich hier allein, wenn ich hier, andersrum, machen wir hier 60, 90 parallel, da seht ihr schon, wie das rechts deutlich nochmal flüssiger läuft. Aber wenn ich jetzt 90 und 60 miteinander vergleiche, auch wenn es LCD und OLED ist, das ist schon eine schöne Nummer. So, und jetzt gehen wir wieder zurück, weil ich möchte ja auch noch wissen, so maximale Helligkeit, Blickwinkel und so ein bisschen Zeugs. Ne, drehen wir das mal komplett auf. Ne, hoher Stromverbrauch, hoher Stromverbrauch, hoher Stromverbrauch. Und, boah, ihr seht es schon, ich mache zur Sicherheit noch Autohelligkeit aus. Nicht, dass da dann irgendwie noch gedämpft wird oder sowas. So, Maximum, es liegt überall an. Und, ja, die beiden OLED-Displays sind definitiv heller. Ja, und es sieht auch nochmal schöner aus. Auch bei dem OLED, ja, 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 ne. Ihr seht, wie es die Kamera einfängt. Ne, ganz so krass ist der Unterschied hier bei den beiden nicht. Wie sieht es zwischen den 60 Hertz und dem 90 Hertz OLED aus? Nö, die wirken von der Helligkeit gleich. Und wenn wir hier wieder Autohelligkeit machen und dann mal so ans Display gucken. Ja, doch, das sieht schon relativ gleich aus. Zumindest jetzt so im allerersten Eindruck. Bitte nicht vergessen. Nö, das sieht, ja, vielleicht finde ich das Pro-Display doch nochmal netter. Das kann ich aber nicht gerade einordnen, ob es am Display liegt. Beziehungsweise, ja, ob es am Display liegt oder einfach am gebogenen Display. Also an der Form vom Display. Und hier machen wir auch mal Autohelligkeit nochmal ein. Wobei wir schrauben es nochmal ein bisschen weiter hoch, damit es wieder angeglichen ist. So, ja, ja, doch. Also, ja, andersrum. Für so ein 380 Euro LCD-Display geht es erst ein Eindruck okay. Blickwinkel, Farben auch. Helligkeit, sage ich ganz ehrlich, könnte heller sein. Bei den Dingern dürfen wir nicht vergessen. 600 Euro, 800 Euro. Da erwarte ich ja schon echt eigentlich mehr vom Display. Vor allem hier. Aber der erste Eindruck ist von den Farben und so. Ganz klar. Also, definitiv will ich lieber die OLED-Displays haben. So, gucken wir einmal rum. Welche Apps sind vorinstalliert? Oh, zuck. So, überall zumindest. Ach nee, ich wollte gerade sagen, überall die gleichen Apps. Aber nein. Wo ist denn hier noch der Unterschied? Die Startseite bei allen gleich. Wenn ich jetzt aber rübergehe, haben die hier zwei mehr. Und zwar, die haben die Relax-App, SMS-Service, haben die beiden extra. Und sie haben Netflix. Hier wurde Netflix gespart. Warum? Habt ihr hier nicht, dass wir hier so ein Witwein-Zertifizierungsnummer wieder haben? Wo ich dann, oh, bitte nicht. Aber weiß ich jetzt gerade nicht. Wir haben auf jeden Fall eigene Uhr, Wetter, Musik, Video-Apps. Soloop, Gamespace, Dateimanager, Facebook, WPS-Office, die eingekauft sind, vorinstalliert sind. Hier noch Netflix dazu. Aber ist so Zeug, Facebook und Netflix sollte ja für viele da draußen eh, ja, sein. Und dann haben wir noch Werkzeuge, Telefonmanager, Recorder, Kompass, Rechner, Phone-Klon, Bildschirmsperre und Notizen. Und das hier gucken wir auch rein. Ja, ist überall gleich. So, gehen wir noch in die Einstellung. Und jetzt ist die große Frage wegen des Speicherplatzes. Auch mal schön, dass man das so parallel überall gucken kann. Und zwar, jetzt müssen wir herausfinden, wo ist bei OPPO, bei ColorOS. Gefunden, da muss man auch erstmal drauf kommen. Und zwar zusätzliche Einstellungen und dann ganz oben Speicher. Also auch hier wahrscheinlich überall auch zusätzliche Einstellungen, oben Speicher. Schön, wie du wackelst, aber Hauptsache du klackst nicht wie dein Kollege. Zusätzliche Einstellungen und Speicher. So, und dann haben wir ja 128 GB, 128 GB. Und das Pro gibt es ja mit 256 GB Speicherplatz. Speicherplatz, das ist wichtig, weil keine Micro-SD-Kartenspeicherplatz-Erweiterung verfügbar ist. Was ich ja auf der einen Seite verstehe, dann verstehe ich es aber nicht, wie dann alle Geräte, und ich meine, wir reden ja hier nicht von günstigen 200 Euro Einstiegsdingern, sondern 4, 6, 800 Euro. Alle ist Übertragungsstandard beim USB-C-Port USB 2.0. Das ist ja dann spätestens, die Micro-SD-Dinger haben ja immer noch den Vorteil, dass Leute, die sagen, ich will große Datenmengen hin und her schieben, bevor ich das, sage ich jetzt mal in 20 Minuten oder noch länger über den USB-Port schiebe, ist es in der Regel schneller, mal fix die Micro-SD-Karten zu tauschen und in den Laser reinzupacken oder so. Naja, aber wir haben 16,2 GB belegt, 19 GB beim Normalen, wo ich mir denke, wo ist der Unterschied? Also ja, hier ist Netflix installiert und diese SMS-Service-App, die wir eben gesehen haben, aber 2,8 GB? Es liegt aber am System, 14,4 GB und 17,9 GB und 19,6 sind beim 256 GB belegt und da ist das System dann mit 18,4 vermerkt. Ja, unterm Strich, rechnen wir es andersrum, sind hier natürlich immer noch 112 GB frei. Okay, und hier sind es ja immer noch 109 GB. Schöne Werte, schöne Werte. Ich bin hier gut bei Pi mal Daumen um die 110 oder deutlich näher an 110 als ein 100. Da motze ich nicht, da hüpfe ich im Kreis und freue mich, dass ich hier dann sogar noch, was haben wir hier, 245 GB frei. Auch toll. Also da gebe ich Ihnen jetzt wieder Gummipunkte. Das passt dann wieder und ja, was können wir sonst noch? Genau, Finger-Display. Jetzt habe ich ja immer nur einen Fingerabdruck. Gucken wir hier nochmal. Wobei, machen wir erst die Gesichtsescannung. Achso, noch zum Hochwischen. Kann ich aber in den Einstellungen deaktivieren, dass die Geräte dann direkt entsperren. So, hoch. Ja, okay. Und einmal mit Fingerabdruck. Oh, schön. Ja, doch. Fingerabdruck-Scanner war jetzt gerade, ja, verlässlich, definitiv. Hier auch nochmal. Gesicht, ja, auch fix. Und Fingerabdruck, wie war das? So, und drauf. Oh, schön, schnell. Also diese In-Display-Fingerabdruck-Scanner, die die OPPO hier verbaut haben, gefallen mir. Jetzt mal gucken, wie denn doch nach der Gesichtsentsperrung. Oh, ja, das, du, was? Jetzt habe ich auch gar nicht gewischt. Ach, krass, guck mal hier. Was sind denn das für Basiseinstellungen? Achso, nee, der scannt meinen Finger. So, okay. Jetzt Gesichtsentsperrung. Hoch, passt. Und das andere war halt, ne, Finger. Und ich muss noch nicht mal die An- und Aus-Taste drücken, sondern nur auflegen reicht. Und das fällt mir jetzt gerade auch auf. Der hier entsperrt nochmal mindestens doppelt so schnell wie die In-Display-Fingerabdruck-Scanner. Da merkt man nochmal so ein separat außen angebrachter Fingerabdruck-Scanner, allein bei der Geschwindigkeit, doppelt so schnell wie die In-Display-Dinger, obwohl ich das gerade gelobt habe. So, wir haben Google-Karten drauf. Das gibt Pluspunkte bei der reinen Software, aber ich meine, das ist man ja so inzwischen gewohnt. Und ich schmeiß mal noch schnell einen Blick in die Kameras. So, Servicebedingungen. Ja, ja, ja. Darf, darf, darf. Und jetzt knipsen wir mal ganz kurz rum. Legen wir dichter einfach mal das Porträt dann hin. Drinnen und Plus-Logo. Komm. So, einmal Foto und gucken wir beim Video noch schnell rein, was habe ich hier für Einstellmöglichkeiten. So viel kann ich aber sagen. Das wirkt jetzt hier gerade lahmarschig. Und es ist nicht so, dass die hier noch gerade fett Apps runterladen oder irgendwas noch machen müssen. Also da hat das Z jetzt das erste Mal wirklich performance-mäßig das Nachsehen. Und wieso, wenn ich hier im Videomodus bin und dann auf Einstellung gehe, wieso kann ich denn da, ich kann hier Foto, ach, ganz, ganz unten. Man sollte auch bis unten scrollen, was aber gerade irgendwie eben nicht funktioniert hatte. Und das nicht, weil der Finger da das gesperrt hat. Videoauflösung. Ach, guck an. Also, ich kann auch mit diesem Mediatek-Ding 4K dann machen. Okay. Und was ich jetzt mache, ist ganz normal kurz rüber schwenken und ein bisschen lauter reden, weil ich noch hören will, wie ich das Mikrofon und vor allem, was ist mit den Lautsprechern. So, machen wir das als erstes. Komm mal her. Ja, zustimmen, zulassen und. Ich habe nur Monolautsprecher, das wissen wir. Und ihr seht gerade, wie, ne, mit der Frontkamera, mit dem Doppelloch und unten mit dem Rahmen vom Kinn, aber, klar, ich würde mal sagen, der Lautsprecher rockt jetzt vielleicht nicht so gerade die Hütte, aber so im ersten Eindruck, oh, wobei ich mir da auch wieder sagen muss, es ist ein 400-Euro-Gerät. Hm. So, das Nummer 1. Schnappen wir uns Gerät Nummer 2. Da sieht natürlich das Bild allein schon mal auf dem OLED-Display ein bisschen knackiger aus, aber mit der Reflexion vom OnePlus-Rückseite, ach, da tun die sich aber schwer. Vielleicht liegt es ja am OnePlus. Nehmen wir mal die matte Rückseite vom Z. Oh ja, da war das Fokussieren deutlich fixer. Ja, zustimmen, zulassen. Oh ja, so vom ersten Fotoeindruck würde ich hier aber sagen, gefällt mir das ein Ticken besser. Wobei, ich meine, Z und Normal haben die gleiche 48-Megapixel-Kamera. Ich glaube, die haben sogar alle drei. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob die alle diesen Sony 5, 8, 6er drin haben. Muss ich dann nochmal gucken. Liegt aber auch daran, mit dem OLED-Display sieht er nochmal ein bisschen netter aus. Deswegen gucke ich mir die Fotos dann ja auch immer gerne auf dem großen Monitor dann immer an. Gucken wir auch hier mal fix in die Videos. Einstellungen. Ach, guck mal. Achso, ich war nur hier das Einstellungen drin, dass sich diese ganzen Einstellungen, dass die sich nicht mitdrehen. Ich verstehe es nicht. Wieso dreht ihr die nicht auch? Ich habe hier Videoauflösung 4K. Aha. Und 4K geht nur in 30, also nix 4K 60, obwohl der Prozessor das hergibt. Auch hier wieder. Uh, Laserfokus leuchtet oben auf und ich schwenke nochmal ganz kurz rum und drehe ein bisschen lauter. Und dann gucken wir hier fix rein. So, was erwartet uns? Auch nur ein Monolautsprecher. Aber ein deutlich besser klingender Lautsprecher als beim Z. Das auf jeden Fall. So, und ja, machen wir dann. Aber sonst komme ich gleich durcheinander. Schnappen wir uns noch das Pro. Auch hier, ne? Ja, also der Fokus war aber jetzt, ja. Fix. Einstellung auch hier. Wieder drehen. Videoauflösung 4K. Auch hier nur 30 Frames. Gehen wir wieder raus und nehmen auf. Was ich aber definitiv sagen kann, das Pro mit der Matten, mit dieser Rückseite und dem Gebogenen fühlt sich zumindest in der Hand. Nach wie vor das Gerät jetzt von den dreien, welches ich am liebsten direkt in die Pfoten, also in die Hand nehme. So, dann gucken wir mal. Na, kommst du wieder her. Was ist das denn? Hier, das ist jetzt das Gerät, wo dieses Autorotate nicht aktiviert ist. Da, automatisch drehen. Was ist denn? Oppo, wieso haben die das aktiviert und das Pro nicht? Das ergibt doch so null Sinn. So, gucken wir. Und spielen. Und ich höre nichts. Warum höre ich nichts? Achso, da. Ja, ja, ja. Uh. Uh. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Doppel-Loch-Doppel-Loch-Kamera auf der Frontseite. Und ich glaube, das waren 32, nee, 16 Megapixel plus 2, ne? 32 plus 2. Warum sie diese plus 2 dafür tiefe Information oder so einbauen, ich weiß es nicht. Und das, 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 das große hat halt nur diese 32 Megapixel. Ich bin, ja, vor allem ist es der gleiche Sensor verbaut. Ne, das ist so, das war auch noch so eine Sache, die ich noch nicht geschnackelt habe. Das Pro und das Normale haben die gleiche Frontkamera verbaut. So, und beim Nicht-Pro ballern sie da noch zwei Megapixel und machen sie dieses hässliche Doppell-Loch. Und das Normale kriegt dann einfach das, ja, ein kleines Loch, gleiche Kamera. Das muss mir dann auch noch mal einer erklären. Aber Fragen über Fragen, das werde ich versuchen, alles rauszufinden für den Test. Und ich meine, ist jetzt ja keine Frage, worauf möchte man lieber gucken? Möchte man da oben, dieses Doppell-Loch ist dreimal, sind drei Einzellöcher sozusagen. So, spielen wir es noch mal ab und hören rein. Ah, Stereo-Lautsprecher, wupp, wupp. Und das klingt direkt schöner. Ja, sieht besser aus. Ja, ja, ist schon klar, wie sie das hier aufbauen. Und vor allem noch mal deutlich lauter der Lautsprecher. Ein Drittel, zwei Drittel als Lautsprecher-Verteilung. So, und vom Foto her, ja, auch okay. Ja, ja, nichts, was mich jetzt gerade so megamäßig vom Hocker reißt. Aber so im ersten Eindruck, ja, warum nicht? Porträt, Porträt, Porträt. Machen wir das noch fix. Einmal Porträt so. So, damit wir das jetzt einmal ganz kurz vergleichen können. Quick and dirty bei allen. Einmal Eichhörnchen auf Speed. Und ich könnte jetzt auch direkt mit beiden Geräten hantieren. So, kommt, kommt, kommt. Zurück, zurück. Foto, Foto. Nee, Porträt, Porträt. Frontkamera, Frontkamera. Na, komm her. Ah ja, das könnten wir aber auch noch mal ganz kurz von der Bedienung. Kamera hier und wechseln. Vorderseite, Rückseite. Dann wieder zum Foto. Dann wieder rüber zum Video. Dann wieder zum Porträt. Wobei, da habe ich schneller beim Einen gedrückt. Und jetzt wieder Video. Ja, ich würde mal sagen, der Mediatek hält echt erstaunlich gut mit. Beziehungsweise zieht immer wieder ganz kurz den. Den Snapdragon ab. Guckt euch das mal an. Hätte ich ja jetzt nicht gedacht. So, aber ich wollte ja mal ein Porträt aufnehmen. Natürlich muss ich dann auch gucken, dass das Mediatek Z natürlich mit der sonst auch schwächeren Hardware, dass ich das vernünftig verglichen bekomme. So, und jetzt gucken wir mal. So, guck mal drauf. Oh ja, oh ja. Ah, also da muss ich jetzt mal gerade sagen. Ja, diese 32 Megapixel. Aha, aha, aha. Gar nicht. Also das ist die schöne Selfie so vom ersten Eindruck. Und hier, ja, das stinkt dann jetzt gerade ab. Wenn ich böse sein will, würde ich jetzt hier wieder so sagen, das ist wie Huawei vor zwei Jahren. Und was für vier Jahre immer die Selfie-Qualität bei Huawei war. So das Standardzeug ist okay. Aber im direkten Vergleich, das hier, gar keine Frage, gar keine Frage. So, aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein vom ersten Eindruck. Von dem, was ich jetzt aber so hier gemacht habe, rumgespielt habe, vom Einrichtungsprozess und vom ersten Eindruck, bin ich zumindest, was so die, naja, was soll man sagen, Kurz-Performance-ersten Eindrücke von dem Mediatek-Gerät, positiv überrascht. Ich dachte, da wären deutlich krasse Unterschiede oder sowas. Natürlich ist das nur ein erster Eindruck und ich muss das hier noch vergleichen, testen und, 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 und. Aber es fällt eher definitiv positiv aus, auf als negativ, nur mit dem ich ja eigentlich gerechnet hätte. Trotzdem, das ist natürlich deutlich schwächere Hardware, dafür ist es wieder günstiger. Wobei, ganz ehrlich, auf dem Papier, und damit kommen wir jetzt dazu, was ich sagen wollte, ich finde die Dinger immer noch eigentlich maßlos überteuert. Aus einem einfachen Grund, OnePlus Nord, 400 Euro, 90 Hertz OLED-Display, Snapdragon 765. Hä, also das frage ich mich so, ja, in dieser eigenen Oppo-Universum Reno-Reihe ist das vielleicht so als preislicher, ne, was man dann sagt, wenn du mal dafür 400 verlangen, ja, dann kriegst du jemanden von Snapdragon noch dazu, und die besseren Kameras, dann wollen wir da mehr Geld haben, 200 Euro Aufpreis, und hier kriegst du Stereo-Lautsprecher, und nochmal, äh, ich glaube, äh, ich weiß gar nicht, hat der Ding drahtloses Laden? Lass mich mal ganz kurz gucken, hinten rein, den Charger, den seht ihr gerade nicht, ich muss mal ganz kurz rüber schieben, ne, da leuchtet nix, drahtloses Laden hat's nicht. Ach, ja, das ist schön, schöner, schöner Hinweis, nüt, nüt, nüt. OLED und 190 Hertz OLED und 120 dafür normales LCD, das werde ich alles noch testen, und die Akkulaufzeiten und, 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 gerade Akkulaufzeit sollte ja sehr interessant werden, und mit dem Super-Charger, hier habe ich 65 Watt VUG Charging, also, was ich eigentlich sagen wollte, in Oppos Reno-Welt, Traumwelt, ne, ist das vielleicht eine interessante Produktpolitik, aber ich kann ja nicht einfach die Konkurrenz ausblenden, sei es BBK-Konzern-Konkurrenz, wo ich ein OnePlus Nord für 400 Euro schon hinterher geworfen kriege, muss man ja fast sagen, oder ich gucke rüber zu Samsung, wo ich für 630, ne, gut, da habe ich ein Exynos 99 Gerät, oder 730 Euro, ne, also immer noch günstiger als das Pro, ein Snapdragon 865 Gerät bekomme, ne, mit einem 120 Hertz OLED-Display, ne, und vor allem Kamera, ne, gut, ist nicht gebogen, aber das Ding liegt fast wie ein Brett, zumindest hier unten, wenn ich drauf tippe und solche Sachen, aber für die ganzen Vergleiche, dass ich die Preispolitik hier absolut misslungen finde, habe ich ja schon mehrmals gesagt, aber das ist halt das, was mich so ein bisschen nervt, frage ich mich, wieso tut ihr das? Ja, und vor allem mit Xiaomi und Poco-Geräten fange ich hier ja gar nicht an, aber das soll es gewesen sein, vielen Dank fürs Zugucken, macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!